jo leute was geht ich finde es wieder mal black phantom start mal mit ner runde minecraft heute spiel ich mal was und vielleicht mit nem guten kumpel, vielleicht auch nicht joa er ist grad bei mir er hört ihn manchmal vielleicht nicht so wir quatschen auch ein bisschen so und joa wird schon heute cool sein ich bringe auch noch ein Lego Video raus Ford GT Mustern Ford Mustern GT so und wird eigentlich relativ cool ja ich glaub nicht ich bin auch in der keine Welt ich dachte du bist schon so ich mach das für uns ich bin ich bin ich bin ich bin joa was für eine Welt sollen wir machen so geht jetzt rein in unserer Welt in unserer Welt ich escape ja ja minecraft minefuhl ich weiß ja wir bauen jetzt einfach unser also machen wir das und spielts ja wir machen jetzt 100 Folgen wenn wir versuchen zu dann so 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 von meinem Freund heißt heißt der Kanal ich bin dauerlich k k k im london kronen aber von dem Beinemann ja auch ein bisschen die EU und also dem halt groß rauszukommen was bei uns beiden so wo und und aber abonniert abonniert auch mal bei mir backt es total bei ihm backt es bei mir manchmal bei mir Ich hab schon mal eins. Ich hab schon, dass wir nicht so am Anfang gemacht haben, mit dem Mann und äh, weil ich der Volker bin, so viel mit mir und ich wollte mich wissen. Jo, ich auch. Ja, also wir versuchen, wie Diener uns so geöffentlicht zu reden. Ich ne, immer so wie andere YouTuber, die Leute kratschen, auch mit uns selber, das mag man ja meist hier. Oh geil, komm zu dir, komm zu ihm, oh geil. Ja. 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 Ja, genau. Ähm. Ey, ich mach gleich nochmal neu. Ach, genau, ich bin ne Kuh. wenn ihr hört, ich bin ne Kuh Ja Ja Nein, ich wusste nicht, dass du auch ne Werkbank gemacht hast Leute das ist genug Ich Nicht 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 Ist Ja Wir haben uns mal verprüvt mit Klopp Stöckeres mit Stacks ach ach das macht voll loll Ich Hey Leute, ich mach kurz nen Cut und wir sehen uns gleich, äh, ja. So, ähm, naja, haste Pech, ähm, macht das, so, ich mach jetzt nur noch 3 Minuten so knapp und dann höre ich auf, dann werde ich mit meinem Kumpel weiterbauen, ähm, so, dann kommt direkt auf sein Kanal, äh, die zweite Folge, den Kanal Marie unten in die Links, so, komm mal kurz her, wir verabschieden uns gemeinsam, also, schön, rö, und das war's von Black Panther, ciao.